Wusstet ihr eigentlich, dass Ferb aus Phineas und Ferb kaum redet, aber wenn er redet, nur Fakten spricht? Wow, seht euch das an! Schon jetzt über 5 Millionen Hits! Ich wette, alle Freunde haben es gesehen! Genieß es, solange du kannst, Candace! Ruhm hält nie lange an! Aber das Internet ist für die Ewigkeit! Du bist der Star der Show! Tatsache? Die Zuschauer lieben dich! Aber die Buen umpfeifen mich aus! Nun, das muss auch so sein! Du bist schließlich der Bösewicht, richtig, Ferb? Ein Held ist nur ein Held, aber alle lieben den Widersacher! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben! Aufgeben? Aufgeben? Der Tag mag kommen, da wir eine ergebnislose Suche nach gerade 11 Minuten aufgeben. Doch dieser Tag ist nicht heute! Der Tag mag kommen, da unser liebstes Reptil für immer aus unserer Erinnerung verschwindet und wir seine nachhaltige Vorliebe für Pilze vergessen. Doch dieser Tag ist noch fern! Denn heute suchen wir! Wir suchen ihn in allen Straßen! Wir suchen nach ihm in jedem Schützengraben! Wir suchen ihn in allen Gassen, in den Einkaufszentren und in den Sackgassen dieses Landes! Wir werden nicht verzagen, bis wir ihn gefunden haben!